sahira hier was kann hallo 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 mein name ist ryan mcquire ich bin aus dem wahlkampfteam des us-marokkanischen amtierenden präsidenten donald trump und das ist mein beileid nein es ist ein gut bezahlter job so mein beileid für das zerstören des karma was sie damit tun ihr eigenes okay das ist wirklich eine ein wirkliches problem darf ich kurz ihre hände sehen ja ja das sieht man gleich ja okay also ihr karma wird sehr böse zurückschlagen bei ihrem job das kann ich ihnen jetzt schon sagen beste empfehlung die ich ihnen geben kann es den job so schnell wie möglich zu beenden und dann so was machen wir nach tibet reisen okay passen sie auf wir sind ja von snapchat beziehungsweise tik tok sind wir hier reingelegt worden bei dem ersten wahlkampf veranstaltung und ich meine frage ist wie können wir das in zukünftigen wahlveranstaltungen verhindern also das beste zum verhindern wäre sofort den job zu kündigen nach tibet zu reisen und da erstmal für sechs wochen straight zu meditieren am besten eine schweigemeditation und danach sollten sie sich melden für kinder in not vielleicht können sie vielleicht können sie dann ihr karma noch retten die maßnahmen ein bisschen stärker also gut wenn sie wirklich möchten dass trump geholfen wird dann sagen sie ihm er soll sofort sein job kündigen er soll all seine millionen weg geben er soll für zwei jahre nach tibet reisen zu meditieren und danach ich würde sagen kindern helfen in afrika und dann wird er wieder gewählt werden dann wird vielleicht sein karma gerettet wieder hören